hallo willkommen zurück hier bei violence es geht weiter und es geht eventuell ja ein bisschen anders weiter als es in der letzten folge aufgehört hat das hat den kleinen aber leicht blöden hintergrund dass ich das spiel beendet habe das aber nicht gespeichert wurde und das war ein bekannter bug der wurde jetzt mittlerweile gefixt durch einen ja durch einen schnellen hotfix durch einen schnellen patch der nachgereicht wurde direkt nach dem release aber ich habe natürlich never play on release day ist ja also eigentlich eine regel und da habe ich mich nicht daran gehalten und prompt wurde mein spielstand nicht gespeichert ich war dann wieder zurück im märchen onkelhaus und hatte nix quasi aus einem sombrero auf dem hut also eine ganze ordentliche weite zurück ich habe dann versucht alles was wir hier so hatten ungefähr wieder nachzubauen haben ein bisschen eisen beigeholt habe auch wieder leder besorgt habe tausend stoßgebete gegen himmel geschickt dass ich nicht irgendwie zwischendrin vom bären oder sonst irgendwas gefressen werde und die gebete wurden erhört ich habe es tatsächlich geschafft das hier alles wieder so herzustellen ohne zu sterben was wir jetzt dann machen müssen ist ein tanning rack ein 1 1 hier zum zum leder herstellen bauen da müssen wir mal gucken brauche mal pole und rope so also da geben wir mal pole ein ob ich das jetzt bauen kann weiß ich gerade nicht könnte ich so und dann wie war das beim rack ich glaube wir brauchten sechs pols ja genau okay also zwei pols brauchen wir noch für die für die pols brauchen wir stickys da lief irgendwas ganz schnell da oben kann das sein ich weiß es nicht so das waren keine sticks okay ich dachte wenn ich das umhau kommen sticks raus mal schauen das hier ist so ein bisschen ne gut ja dann werden wir einfach mal schauen holen wir uns mal ein paar stickys da oben ist noch also wenn wir noch brauchen noch mehr noch mehr leder brauchen da oben läuft noch leder rum nehm ich alles ja und ansonsten habe ich mich wieder versucht genau so herzurichten wie es eben war das war gar nicht so einfach aber was ich wiederum sagen muss war nicht so einfach dass irgendwie wieder zurück kapitulieren wie alles war aber es ging rasend schnell äh verhältnismäßig zumindest also war insgesamt schon noch mal ein bisschen zeit was ich reinstecken musste aber äh was ich hier so in drei folgen oder zweieinhalb folgen gemacht habe war dann da halt jetzt in ja wobei eine dreiviertel stunde war es auch aber trotzdem es ging schneller so lasst mir den glauben so lasse ich mal dann machen wir jetzt das rack halt ne sekunde rope brauche ich erst noch also da werde ich mich nicht dran gewöhnen so jetzt das rack zack ich überlege gerade mal das könnten wir ach komm das machen wir hier hin da könnten wir eventuell noch forges bauen dann machen wir das mal hier hin aber andersrum andersrum jetzt weiß ich nicht mehr was wir drehen so so einfach und in der act das heißt hier 153 nothing is currently being crafted also ich könnte direkt einfach so leder dass das trocknet quasi so in der minute habe ich dann leder das geht aber schnell gut das heißt wenn man dann leder haben dann wird sich hoffentlich das rezept freischalten für diesen bellow für die für die crafting station brauchen wir ja für diese blacksmith station brauchen wir ja entsprechend okay schauen wir ob wir das laufende leder noch finden irgendwie nicht das eisen habe ich wieder gefunden die schaufel habe ich mir auch wieder geholt ich habe unten am am schau mal ist das ich glaube dass da vorne wo jetzt das laufende leder ist ich glaube da ist das clay gewesen oder ist das ich glaube das war das war flint ja das ist flint da könnte man halt höchstens noch mal schauen ob man da das braucht man ja und wir gehen jetzt noch mal lang dann jeder produziert kann ich jetzt ähnlich wie man hier da das 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 da 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 das war play oh als viel da war ich ganz überrascht weiß aber nicht viel clay kann da sein hier kommt nur noch dörte da kommt nur noch mehr oder weniger nur noch dörte höchstens hier das ist auch alles alles dörte okay alles klar aber wir haben noch mal ein bisschen clay wie viel das ist iron ore iron ore haben wir noch einiges aber wo ist das da ist das gleich 22 glaube ich meinte irgendwas von 29 im hinterkopf noch zu haben aber bin mir nisch mehr sicher mal schauen vielleicht finden wir es noch ich habe bestimmt auch irgendwas zu vergessen wieder wieder herzustellen insofern nicht wundern falls wir jetzt irgendwie in den nächsten folgen was machen müssen was wir eigentlich schon gemacht haben ah da unten das war doch war das clay nee das war auch flint das war auch flint i remember hallo jawohl ah zum beispiel die seeigel die habe ich nicht geholt seeigel austern hier seeigel austern so ja damit irgendwo war hier noch das ton vorkommen ich weiß echt nicht mehr wo aber unsere märchen onkel hütte wir watscheln jetzt einfach nochmal so am strand entlang da war ja wirklich am meisten am meisten ton oben das ist flint das helle muss ich aufpassen hier war ja immer so ein bär umher geschlichen wir wissen ja jetzt bären lassen sich ganz gut verjagen mit im gezielten feilschuss das ist kohle das ist schön aber nicht nützlich gerade da haben wir auch noch kohle da haben wir doch oder ne das ist eisen glaube ich das ist bär tschau tschau aber unterhalb vom bär das ist warte mal ich weiß nicht ob die idee so gut ist aber ich versuche ihn mal kohle geht doch ja haut echter in meiner richtung da ist der beer haifutter So, geht doch Das ist ja krass, dass du die so verjagen kannst Ach, es ist Flint Es ist Gott verdammt nochmal Flint und Eisen Ich mein Normalerweise würde ich mich wahrscheinlich über Eisen freuen, aber Ich will doch nur tun Ich nehme halt ein bisschen was mit Damit das Spiel nicht sagen kann, ich wäre undankbar Und mir dann gar nichts mehr gibt Ich muss einfach immer Immer dranbleiben Jetzt habe ich natürlich auch keine Möglichkeit gehabt Eure Kommentare abzuwarten Ich denke, ich werde jetzt noch zwei Folgen aufnehmen Also diese und noch eine weitere Folge werde ich aufnehmen Und dann habe ich die Gelegenheit Eure Kommentare von der letzten Folge quasi Anzuschauen Oh Hunger Äh, habe ich was mitgenommen? Nö, ne, natürlich nicht Ja, mal schauen Wir werden schon wieder rechtzeitig zurückkommen Ansonsten esse ich ein paar Pärchen Ähm Ja, die Kommentare Bezüglich Der Frage Bleiben Oder gehen Werden wir die Insel schon wieder verlassen, bevor wir richtig angekommen sind Oder werden wir uns ein neues Zuhause schaffen Und dann eines Tages In die See stechen Auf zu fernen Welten Mit viel Thron Ja, das gehört zum guten Ton hier So Guter Ton ist teuer Einzig ein bisschen schade, dass das Zeug, was man erntet, nicht einfach direkt im Inventar landet Das ist so ein bisschen Ja, ne Aber ansonsten Weil es andererseits auch wiederum realistisch ist Wenn du hier hackst Dann landet das ja auch nicht unmittelbar im Rucksack Sondern es liegt nun mal erstmal da rum Aber man ist das irgendwie mittlerweile ja so gewohnt Gehört ja zum guten Ton Was ist das? Ein Schloss Boah, gut Wir essen einfach mal ein bisschen Bärenessen darf gerne auch schneller gehen Ich glaube, man für Hunger hat es schneller, als dass man durch Bärenessen Nahrung gewinnt So Und dann nehme ich halt das Schloss mal mit Keine Ahnung Hier nochmal ein bisschen Stroh So Dann zurück Sollten wir eigentlich genug haben Wie viel Leben haben wir denn jetzt? Ah, 50 Lang genug Einzig Spannende wird wirklich zu sehen Wie viel Leder wir tatsächlich brauchen Das kann sein, dass wir da nochmal Schweinchen und Ziegen jagen dürfen Nochmal Leder auf vier Beinen holen Das ist voll gemein Ich will das gar nicht Keine Pilze möglich mitzunehmen Nicht noch irgendwas wegschmeißen Nicht so wichtig Na egal Er hätte gerne noch ein paar Pilze mitgenommen Dass wir noch etwas grillen können Aber das habe ich auch schon gemacht Im Offscreen Da habe ich dann das Fleisch von den Ziegen Und Vom Hasen Bereits mal eine Runde durchgebraten Gucken wir hier auch noch Leben Egal, jetzt holen wir Wenn wir jetzt schon Tut er denn hier Auf deine Höhle? Ach nee, da gehen wir durch Da geht's durch Okay Ja komm Also sonst suchen wir wieder ewig Das nächste Mal Dann nehme ich jetzt lieber auch Vorrat mit Und eine zweite Forge Wollte ich ja ohnehin noch bauen Glück, dass Coach nicht dabei ist Das ist ganz schön viel Leben So nach unten hin Das ist doch scheiß Gelohnt Hä? 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 Ist ein bisschen hakelig hier Geht nicht Weil 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 steckt nur auf 100 Oder wie? Magic Blossom kann ich auf keinen Fall Wegschmeißen Ähm Lass mal kurz gucken Nägel werde ich auch auf keinen Fall Wegschmeißen Ich hätte einfach mal Nochmal Aufräumen sollen Bevor ich Ich glaube ich schmeiße den Den Dreck weg Den kriege ich wirklich überall Wo ich will Na ja Erstmal mal in Ruhe Guck mal Ich habe sogar nicht mal mehr Hunger Ich wurde von ein paar Bären satt Sieht das noch erlebt da? Sieht das noch erlebt da? Was ist so schön? Ja Jetzt wo ich alles habe Wisst ihr doch alle genau was passiert Marmor Marmor Äh 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 Weg Done Ist das jetzt Marmor oder nicht abbauen? Ne Das ist einfach nur so zufällig Mit da rausgekommen Glaube ich Was Und die Axt ist kaputt Okay Gut Dann nehmen wir jetzt noch den Rest mit Der Bär da unten Den lassen wir mal schön da stehen So Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ob wir endlich dann unsere erste Säge bauen können Das wäre schon wichtig Mit der Säge könnten wir Planks bauen Und mit den Planks könnten wir dann Hoffentlich Hütten Und sowieso Ein Boot bauen Unabhängig davon Ob ihr jetzt sagt Ja Ja ich will Ja ich will die Insel verlassen Oder ob ihr sagt Ne bleib Bleib gefälligst mit dem Arsch Da wo du bist Ähm Unabhängig davon Äh Würde ich ganz gerne Würde ich ganz gerne ein Schiff bauen Ach ich muss erst was los hören Was Nein Ach Ich habe mich schon gewundert Was habe ich denn hier ein Rönes Pigment Magic Blossoms Moment die habe ich glaube schon Oh das weiß ich jetzt gar nicht Warte mal Das ist hier S-Basis Zeug Potatoes Hier diese Leaves Keine Ahnung Aber habe ich diese Magic Blossoms Ich glaube das ist was was ich zum Beispiel Nicht nochmal wieder Neu besorgt habe Das sieht irgendwie so aus Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet Also dann werden wir jetzt mal versuchen Unser Lagerfeuer wieder herzurichten Interact with Campfire Remains Kann ich irgendwie Kann ich irgendwie Inventory Sticks Hier sind die Holzteile Kann ich irgendwie das so nehmen Und sagen Ah Build Fire Genau Kann ich wieder aufbauen Das ist doch schön Und jetzt muss ich das wieder anmachen Und dann machen wir jetzt eben Nochmal so ein paar Sachen hier Und tun wir mal so ein paar Sachen Derweil Hier habe ich mein ganzes Essen drin Das ist jetzt nicht so viel Aber es ist schon mal ein Anfang So alles klar Dann holen wir uns das Leder ab Pack all Ich hoffe auf neue Rezepte Inventory Bitte 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 Nicht inventory Warum 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 verdammte Kacke Das ist jetzt echt ärgerlich Ähm Ich habe echt keine Ich habe echt keinen Blasen Schimmer Den Anvil kann ich natürlich herstellen Das ist keine Frage Den habe ich schon Da können wir einen herstellen Aber wie kriege ich dieses Bellow Das wird doch so geschrieben Oder war das mit Warte mal Forge Habe ich das Hätte ich das immer falsch schreibe B E L L O E E L L Ne Also mit Leder nicht Oder zumindest Geht bestimmt irgendein Was könnte man dafür brauchen Ich muss ja irgendwas Weißt du irgendwas zum klöppeln Irgendwas zum zusammenklöppeln Diese Nadeln Die ich da habe Dass ich das Gib mal die guten Niedel her Dass man das irgendwie haben muss Warum nicht Gibt ja so Sewing Sets Auch nicht Lass uns mal bei den Werkzeugen gucken Ob man da noch irgendwas herstellen kann Was ich noch nicht habe Was ist das denn Race hier Das hilft mir jetzt an der Stelle auch nicht Wooden Club Möchte ich behaupten Hilft mir auch nicht Stone Knife habe ich Ähm Glassblowing Blingsbums Fishing Rod Das alles Das bringt mir an der Stelle nichts Iron X braucht diese Blacksmith Station An der es ja gerade scheitert Also überhaupt das ganze Eisenzeug braucht das Also ein Werkzeug kann es nicht liegen Oh ich hätte jetzt irgendwie Mein allerwertesten verwettet Das ist Dass es einfach nur das Leder ist Machen wir denn da Übrigens was ich wohl nicht praten kann Sind Seegel und so Destruction Heels Ach doch da gibt es Muss ich da Ich möchte ich muss da drauf hauen Oh Bös Kann ich dann hier Nee Gucken wir mal ob das so gesund ist Oh Kann man scheinbar gut roh essen Sushi halt Gott warum auch nicht Okay Inventory Wo ich bin überfragt Ähm Aus da müssen wir wahrscheinlich auch mal Müssen wir wahrscheinlich auch noch knacken oder Was kommt noch da rein Aus da müssen wir vermutlich auch noch knacken Ähm Mal so gucken Und mit dem Hammer Zack Alles klar Halt ne Die noch Und die noch Die böse Nein Ich seh schon Ich hau Ich hau meinen Ich hau meinen Rack wieder kaputt Okay Äh Scheinbar ist man die Aus da auch eher so Oh Bin Mittelschmer schockiert Mann was mach ich denn jetzt Leder aus den verschiedensten Das ist das mal vielleicht Hähne, Wolf, Leopard, Panda Ich meine ich kann es mal probieren ob ich Aber ist das Leder am Ende ein anderes Also habe ich verschiedenes Leder Oder ist das eins Ne das Leder ist wieder am Ende eins Also das ist kein Unterschied aus was ich es hergestellt habe Leder ist Leder Hm Ich will nur mal kurz gucken Gibt es hier irgendwas was ich daraus herstellen kann Da Was haben wir denn da Blank Leather Sheet Aha Aha Vielleicht jetzt Spiel Warum tust du so einen Scheiß Ich kann mir auch noch Ich könnte mir Schuhe und Und einen Helm aus Ich könnte mir Schuhe und einen Helm aus Aus Rinde bauen Aber ich könnte mir zum Beispiel noch nix Aus Leder machen Also irgendein Leder Bearbeitungsding Fehlt mir Ich habe keine Ahnung Was das sein könnte Irgendein Leder Bearbeitungsding Aber wenn ich jetzt Leather eingebe Oder Needle Mal gucken Ob wir irgendwie Hier da Iron Needle Vielleicht brauchen wir das Ah Flexmouth Station Ich finde den Fehler Also Needle ist es auch nicht Alles was Eisen braucht Braucht diesen Table Und den brauchen Für den brauchen wir ja Diese Bellows Das ist zum Kotzen Ist da aber auch nicht angezeigt Also Ich habe keine Idee Ich habe wirklich keine Idee Irgendwie eine Keule Dass wir das Ding noch irgendwie Dass wir das Leder noch irgendwie Kloppen müssen Oder sowas Gibt es hier Kann ich mir nicht vorstellen Schaufel Speer Hitchfork Warhammer Walltorch Das gibt schon schöne Sachen Das hilft mir alles jetzt nicht Ein Zepter Sehr schön Das ist echt Sehr 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 bitter Irgendein Table herstellen Irgendein Crafting Ding herstellen Müssen Sehe ich jetzt aber auch nicht Alchemie Kiste Alles schöne Sachen Aber Nix was wir gebrauchen können Hmm Ich würde sagen Dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Und ich werde jetzt Tatsächlich Das erste Mal Blank Leather Sheet Leather Parchment Die baue ich Und Neck Leather Sheet Was sind denn Leather Parchments Was sind denn Parchments Okay Ich werde es irgendwie versuchen Rauszufinden Irgendwas Irgendeinen Schritt Habe ich noch nicht Ganz Bin gespannt Was es am Ende ist Irgendwas habe ich nicht bedacht Wir werden das sicherlich rausfinden Also wir sehen uns In der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Und Verdammt Macht's gut Ciao